tech höhle wir werden jetzt mit drei personen und jeweils einen fetten rechts maximalen sattel gut gelevelt gutes flack gute ausrüstung in die alphatech höhle gehen um den aufseher dort zu klatschen um dann noch mal ein paar level ups bekommen zu können maximal bin ich gerade auf 109 also ich für meinen teil auf jeden fall das soll das ganze equipment sein mehr nicht weil fakt ist wie wenn alles verlieren richtig leute rex ist draußen da ich kann wieder 3000 nahkampf alter mein rex ich weiß der ist auch übelst geskillt noch ne alter schwede und hat noch den pinken sattel von den ratten 45 nahkampf und zwei mutationen drauf digga wie flachst du 45 deiner ist ja stärker alter was den 45er rex mit vier mutationen auf nahkampf und du hast du geschissen natürlich sagt er eine neue zucht wir brauchen genau das alles alles dabei leute lassen wir mal nach sommer wieder kaum noch nicht starten wir brauchen für die alphatech höhle für den zugang alpha kanuarm jeweils 1 alpha megalodon flosse alpha raptorenklaue tyrannosaurus zahn alpha drachentrophäe alpha brutmutter trophy alpha megapitikus alpha alpha du so teutes auge alpha mosasaurus zahn und lecicis dran wir haben alles am start habt ihr keine große flamme dort ich starte gerade ich habe keine flamme ich bin auch mit meinem text ist gut unterwegs wenn drin kommt kommt nicht dass die höhle zugeht ok leute es geht los ok ich war ein tag helm an tür schließt sich auch übrigens in vier minuten da sind die ersten biester ganz unten war auf jeden fall ein ding ist auch für uns ein giga micro raptoren wir müssen die sparen ich halte mich ganz links jawohl dann kann ich ganz schön die mitte war so als ganz schnell töten naja artos und micro raptoren ihr könnt es hier mit 50 teams rein 10 überlebende krank naja guck mal wie das aussieht ich feier das alter mit euch ihr seid so geil leute was schreit denn blöd da hinter mir hallo ja ja der ist aber stark irgendwie da drinnen aber der hauptsache mir schaden machen ok komm ich krieg den nicht ja dann geh weiter alles klar achtet auf euer leben wenn ihr auch so ein ich habe mini flamme in meinem tech ich ziehe meinen flag erst beim boss an ich kann nicht so weil er voll hinten in den anus gelaufen ist die spawnen alter wie asozial ist das denn der anus der ist tot der ist tot alter ich werde von hinten gesmackt ja alles gut hast du ein griff von hinten? ja es sieht gut aus es sieht gut aus seht ihr noch items da scheinen? äh die kriegst du eh nicht mit wie gesagt du spawnst nachher in deinem bett dann ist alles weg was du mitgenommen hast ok jetzt habe ich fette flamme boah ist das laut hier leute wir müssen auf jeden Fall nach unten ja da ist ein polugier aber der kommt nicht raus geht ihr links lang oder unten? rechts ich würde sagen rechts wir gucken mal rechts der polugier kommt nicht raus ne so lange du am rechts bleibst nicht Martin geht alleine oder was? ja ich habe keine Zeit ich wollte hier leben wir müssen aber auch die leben von den rechsen halten ne denk dran alter martins rechstörte martins rechstörte auf jeden fall bei uns ist der giga wir sind gleich unten ein bisschen platz links oder rechts ja 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 ich beiße martin komm jung ah du bist ja links rum genau du bist nach unten zum giga beiß einfach weiter vielleicht spawnen wir wieder so komisch wie ich den nehme ich ja du bist doch nicht alleine ja du bist doch nicht alleine nur nicht in den lava fallen steht denn der lava da oder was der giga? nein lassen kommen ja lassen kommen ja nebeneinander bleiben ja komm ich gehe noch ganz ganz hinten durch kommt rein kommt rein hier kommt rein zu mir naja rein Ja gut, die Polovia, die snacke ich mir alle weg, ja. Wenn die Lava sind, haben sie Pech. Mikoraptor reagiert gar nicht auf mich, ich geh lieber was langsamer wegen der Lava. Oh, 2000 Damage hast du bekommen, das war schon böse, ne? Ja, ich weiß aber nicht wovon. Lava? Kann sein, dass sie Lava auf, wie ich euch ziehe. Da, schnapp euch den Teri da und dann rau da aus weiter da. Ich geh immer noch Schaden von links, der mag immer mit dem Mikoraptor beißt man mich rein. Ah, jetzt ist er weg. Das ist fast die Hälfte schon weg. Vom Rechts? Dann lass mich mal vorgehen. Lass Martin mal vor, wie flachst du denn noch, Martin? Ja, ich bin noch fast voll. Ja, dann geh du mal arbeiten. Warte, ich helfe dir aber auch. Wir dürften nicht mehr, da unten ist Ende. Bleib du auf der rechten Seite, ich geh links. Nicht so schnell. Ja, da unten sind wir gleich durch. Wir müssen rechts rum. Nicht runterspringen. Wir gehen schön den Weg lang, wir haben Zeit. 50 Minuten mal. Vielleicht kann sich dann wechseln. Nein, aber wie ist ein Mikoraptor. Kommst du mir, kommst du mir runtergelaufen. Ich kann nicht, der hat mich runtergeholt. Ohhhhhhhhhh. Gott sei Dank war der auf dem Rechts, Alter. Das war bestimmt der von gerade noch. Ja, warte, den hol ich mal. Der kommt hin, oder? Doch, der kommt wieder. Der ist einmal Akro, immer Akro. Nene, wer hat die meiste Leben, Martin? Du gehst als erstes rein, wir ziehen nach. Ich bleib, aber ich versuche erst mal links zu mich. Ja, dann los. Okay, rein da. Komm, komm, komm. Geh rein, geh rein, geh rein. Und ich bin doch wieder bei dir an der Fresse. Egal, sein Schreien ist sein Untergang, Alter. Genau, geil. Ja, Mann. Ich darf nicht schnell rennen, wenn ich... Alles gut, ich wollte euch erstmal hochfüttern. Ja, wir sind doch, wir gehen erstmal nach da unten, Alter. Zum Ziel. Wir haben ja gleich noch... Wir haben gleich Ruhe im Flur da, im Tech-Flur da. Ja, Top Euro. Ja, ich bleib links, du kümmerst dich. Ich nehm die hinteren. Geil. Zwei Gigas waren hier in der Strömme. Ich dachte, hier wär nur am Ende einer, aber okay. Da drin ist Ruhe. Das sind die letzten Viecher. Boah, was ist meiner fast kaputt, da ich geh rein. Puh. Boah, hier hab ich auch immer arschkalt. Na ja, die wird ja alles geboten. Das kann sich wieder anziehen. Ich zieh mein Flak an. Ich hab aber auch übelst Eisblock, ne? Ja. Okay. Ready? Ja, geh hin. Müssen wir absteigen beim Porten dann? Ja, kann sein. Aktiviere. Huiiii. Yeah, ich bleib auf meinem Rechts stehen, Alter. Ganz easy. Nur bis zu 10 überlegen. Und hier? Die kommen noch mit. Würde ich hoffen. Ja, da kommen noch nicht mit. Das wär so geil wärs dann. Das sollen die Rexe bleiben jetzt hier draußen stehen, Alter. Wir gehen da so rein. Wir gehen da rein und kriegen dann vor auf die Spitze. Das wäre echt belastend. Wir gehen alle drauf. Das wäre richtig, richtig belastend, Alter. Ich hab den noch nie gemacht. Okay, krass. Aber ich will eh diesmal alle Bosse machen, ne? Iiiiiiii. Da ist mein Rex. Wo ist der Boss? Gibt's auch in der Explorer noch, glaube ich. Ja, wir laufen jetzt hier den Flur entlang, ne? Was ist denn das da vorne, da? Schaut euch mal um. Schaut euch um, das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Homo Deus. In deren... Das ist deren... Ähm... Geschichte quasi alles. Hier ist Brutmutterhöhle in Hologram Style. Genau. Und das hier vorne ist der Drache. Mit dem Boss Areal. Das ist alles das Programm von den Homo Deus. Cool. Weil die Erde doch den Bach unterjangen ist. Haben sie auch die Aschen, diese Axt geschaffen. Dann hast du hier links, komm mal hier, das ist die Erde. Ja. Ich glaube da rechts hast du... Mal gucken. Was hast du hier rechts? Hier die Tiere, ne? Die DNA Strang und so weiter. Hier ist ein Explorer Note. Oh, mit dem Rex rüber laufen. Nicht selber rüber gehen. Ah, scheiße. Ich bin schon drauf gegangen. Du bist ja auch doof, Junge. Hey, das reinlässt du doch, oder? Ja. Ja, scheiße. Dann nimm mal einen. Das ist hier links. Das ist auch mal die Erde. Ja, ja. Hier ist noch ein Explorer Note. Ich tiefe drüber. Ja, diesmal geh ich mal. 1100 plus, Junge. Oder ist hier... Ja, das ist der Homo Deus da drin, der Mensch quasi. Kann aber auch der Homo Sapiens halt sein. Guck, hier links ist die Erde nochmal, aber kaputt halt, ne? Durch das ganze Element verseucht. Das Element, das hat sich alles vereinnahmt und so. Die mussten die Erde verlassen. Die Arschen schaffen, um zu überleben halt. Hier, das ist diese höchste Form hier, glaube ich. Ja. Diese Geisterform, diese digitalen. Hm, ich glaube hier ist keins mehr, aber... Ja. Die Helena, die entwickelt sich doch hier in Richtung Genesis, zu dieser hohen Form. Und geht hier die ganze Zeit auf den Sack mit ihrem Gequatsche. Haha. Okay, wir sind gleich durch. Das ist der letzte Flur hier. Ihr kennt ja Extinction, das ist ja die kaputte Erde halt, ne? Und die ganzen Element und so. Rotes Item. Ja, genau. Ach, sind wir oben in den Arc, oder was? Ja, nein, wir sind nicht im Markt, wir sind im Weltraum oben. Aber hier werden die ganzen Sachen geschaffen. Ah. Unter uns ist doch, unter uns ist quasi Island quasi. Und die Items, die kommen von hier, die werden runtergebracht. Guck mal da, zack, kommen die da runter. Und hier ist der Aufseher von Island, ne? Das ist von Island halt der Oberboss hier, der Macker. Und dem hauen wir jetzt ein paar aufs Gesicht hier. Hallo! Du gehst als erster vor, da kommt erst mal dieser Spawn-Teil da. Ganz, ganz hinten durch. Das ist nochmal Hologram Island. Dann schieben wir durch. Ich hab kaum mal ein Rinder rein in die Hose. Ganz nach hinten durch, ganz nach hinten durch. Lauf, Mati, lauf! Geh rein, bevor das Schild bekommt. Okay, stopp, da hin, genau. Ich weiß auch den gleich, wenn er da ist. Ich geh hinter dem. Ich weiß schon mal, ich weiß nicht, ob er schon Schaden bekommt. Der muss erst kommen. Da ist er. Da. Ja. Hat der jetzt kein Damage bekommen, das dummes Schwein. Ja, jawohl, 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 jawohl. Ich häng voll drin. Geil. Ich krieg keinen Schaden, kann ich an dem machen. Was ist das für eine Asoziale Art? Martin, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er weiß nicht. Ich hab einen Schaden dauer. Ich hab einen Schaden dauer. Ich hab einen Schaden dauer. Mach an das Schaden, Tim. Geht das irgendwie? Du hast gerade schon mal gemacht. Hinter uns. Ja, weiß der. Au, wua, Alter. Keine Ahnung. Wir machen noch keinen Schaden an ihn. Aber sonst nicht. Okay. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nein, okay, das wird voll verbuggt, Alter. Boah, das war jetzt aber heftig. Okay, rauf da. Jetzt haben wir, glaub ich, gute Karten. Jetzt wollen wir uns auch Schaden. Ja, jetzt machen wir uns Schaden. Das war dumm. Wir waren voll in der Kuppel. Huuuup. Ich bin dazwischen. Okay, geil. Hinterher. 200k leben, hallo. 200k. Ja. Hinterher. Lauf doch schneller. Auf Vorsicht. Ja. Uuuuuh. Ja, der hat meinen Gestunt. Okay, ich bin wieder drauf. Ich bin wieder drauf. Bewegung, 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 Bewegung. Achtung, er macht hier seinen Laser. Ja, ich kann aber nichts machen. Ah, weil er ein Schild jetzt wieder hat, oder? Ja. Ja. Aber Hauptsache, ihr müsst in Bewegung bleiben. Die scheiß... Ja, kannst du das Schaden machen. Fuck, der hat mich wieder. Um die Hälfte. Die Hälfte. Ich versuch den Weg abzuschneiden. Und die Defense Unit, die ganzen Scheißdinger, Alter. Das sind darauf dressiert. Programmierst nicht dressiert. Macht der Boss? Ja, der macht Boss. Ja. Rein da, rein da, rein da, rein da. 4.000 Damage. 5.000 Damage. Geil. Okay, da ist volle Programm drauf. Sehr gut. In your face. Sehr gut. Das war ein Fehler, dass du dich auf Wandel hast. Okay, der macht gleich nochmal. Der macht den jeden Boss. Als nächstes die Brutmutter. Zum Schluss macht er den Affen. Und danach heben sie den letzten Step hier. Die Scheißdinger, die, äh, die Scheißdinger, die schießen immer, ne? Deswegen bleibe ich immer in Bewegung, so. Hinten vorne, hinten vorne. Weil nicht, dass die nachher noch Spieler Hits machen. Ich hasse diese Viecher. Ich mach keinen Schaden, der hat seinen Chill. Jetzt, 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 jetzt. Ahhhh! Egal, ich stehe auf meinen Rix, das ist gut. Ja, da klappt das gut, aber... Kriegen wir meine Hälfte Leben? Nicht getroffen, geil. Bleib stehen, Obersia! Du kriegst auf die Fresse! Ja, geh du nach links, ich geh hinterher. Oh, fuck! Ah, okay. Ich war nicht drin, ich war nicht drin, geil. Oh, jetzt geh ich dann wieder nach rechts, Oli, geil. Ja, ja, der Slalom, Baby. Alter, was macht der? Muss der aber scheißen, Alter. Was geht der scheißen, Junge? Junge, ist das Stresstier? Wo ist der? Der verwandelt sich. Oder nicht? Ich glaub schon. Weiß ich nicht. Ich heimlich, Mann. Mit zwei Fläschchen. Laser. Laser. Defension ist, Alter. Jawoll, Baby. Uhhh, der Fuhrensohn. Ich glaub ich im Kompositburg noch ein bisschen Damage gemacht. Geil, das Ding. Nein, ich bin runtergefallen. Wo ist mein Rex? Dein Rex, das steht doch. Pass auf. Warum ist der da unten? Lauf zu deinem Rex. Was natürlich traurig ist, dass du das ganze Element hier nicht mitnehmen kannst. Das ist natürlich richtig schade. Ah, hier, hier. Werde. Wo ist der? Der Fuhrensohn, da hinten ist er. Nein. Ich hab kein Ding ins Ausdauer mehr, das ist das Problem. den den dem 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 laser 20 minuten noch leute korn du dummes drecks fisch mach halt jetzt 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 baby wo bist du der mafurt mutter oder er hat ja den king kong hatte ich möchte es doch was auch weile leben auf ihr kriegt ja auch jetzt ja gar nicht wegetan weiter rein alles was geht jawohl hat mein drecks wie keine ausdauer aber rein da voll empfehlen jungen okay ich muss mal ausdauer laden jetzt weiß ich weiß 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 aber der dreckige was ein schwanz war machst du martin läuft Läuft der Wutzfahre Ok, ich geh rechts rum Du gehst eh nach links, du gehst eh nach links, du gehst eh nach links Ja, beißen, Junge Ah, hat er echt jetzt wieder einen Rückzieher gemacht? Ist das ein Drecksack? Nein, das sitzt er nicht Oh, hat er wieder einen Schill Der wird gleich Uuuuuh Oh, das hat weh getan Uuuuuh Nur hier mit der Brutmutter, jawoll Jawoll Wie seid ihr? Ach da Nein, die ist einfach auf mich, Mann Das ist doch geil Ne, das ist scheiße Ich hab unter die Hälfte und das Leben Egal Ok, die Runde haben wir auch Kurz warten Bleib reisen, bleib reisen Weißen, weißen, weißen Weißen, 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 weißen Der verliert sein Schill gleich wieder kurz Minion-Beschwörung Ach doch, Minion Ja, 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 ja Ach, boah, ein Kompositbogen-Style Ich weiß gar nicht, ob ich den Obso unter dem Treffer war Wo ist mein Rex, Junge? Ok, alles gut Lauf mal bitte, Martin Ich schenke ihn dir jetzt da Ich komm nicht weg Mich auch nicht Alter Fack mal, er hat wieder übelst freidämmig bekommen Mauer Ich bin nicht getroffen Nein, genau Ich muss sie wieder kacken, Alter 8K, 8K noch Komm, 8K, easy run, easy run Jawoll Jetzt haben wir ihn Nein, Alter Aber kriegt der den letzten Hit nicht Aber der geht zum Ausgangspunkt Und Rex hat schon übelst Damage bekommen, ne Mach der doch mal den Affen Affen Oh, du hast einen Stein gefressen Bleib bei dem, jetzt killen wir den Ja, das kill der Ich mach die Defense so weg Was für 7 hoch 100 noch, Junge, bisschen schwarz Hehehehe Ein auf Ehre, oder was? Egal, scheiß auf alles, auch nur Weizen Ein bis noch Und dann voll weggezündet hier, Junge Schrei doch mal rechts Jawoll Zack, hat sich alles aufgelöst Das Element ganze verjessen hat gewonnen Oh Da schaut's euch an Alles Arks Und damit haben wir Island quasi schon abgeschlossen Das sind die ganzen Maps hier, ne Ja, genau Alles Arks Island, Grosch, Earth Center, ja Center vielleicht jetzt glaube ich nicht Aberration Eigentlich so wie Story Maps, ne Da siehst du es dann halt Das ist die Erde quasi Drumherum sind die ganzen Arks Die Maps Und da, dieser rote, der hier gerade aufblinkt Das ist quasi, äh Ich glaub das ist jetzt der Wir haben den Arkt quasi besiegt Und jetzt porten wir uns zum nächsten Ich liebe diesen Dialog, Leute Ist ein Abspann Center, äh Center Island Island, nicht Center Nächster halt SE Start an Earth Ja Normalerweise Jo Ja, ja, ja Das ist die Wüste gegen Helena Halt die Fresse jetzt Charakterliste Geil Achso, hast du eigentlich mal die Bosse gemacht? Ja, klar So, jetzt wählt ihr euren Charakter aus Der ist nämlich quasi im Arc hochgeladen Und runterladen Tja, damit haben wir das jetzt wieder hier ritz, ne Tech-Höhle ist auf jeden Fall erledigt Wir haben das Spiel quasi schon durch So, Leute, vergesst dich ein Abo an dieser Stelle da zu lassen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao